Essenerin Sonja Greinacher holt Gold im 3x3 Basketball. Die Essenerin Sonja Greinacher hat bei den vergangenen Wettbewerben im 3x3 Basketball eine herausragende Leistung gezeigt und sich mit ihrem Team die Goldmedaille gesichert. Diese Disziplin erfreut sich wachsender Beliebtheit und wird seit den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als eigenständige Sportart anerkannt. Greinacher, die bereits in ihrer Jugend mit Basketball begann, hat sich über die Jahre hinweg auf den 3x3 Basketball spezialisiert. Ihre Fähigkeiten auf dem Court kombiniert mit einer beeindruckenden Teamarbeit führten das Team zur Spitze des Wettbewerbs. Während des Turniers zeigten die Spielerinnen außergewöhnlichen Einsatz und Durchhaltevermögen, was letztlich zum Gold führte. In der entscheidenden Phase des Turniers waren die Spiele intensiv und hart umkämpft. Über die gesamte Dauer des Events legte das Team eine beeindruckende Strategie an den Tag, die es ihnen ermöglichte, mehrere Gegner zu schlagen und sich den Titel zu sichern. Laut Berichten habe Greinacher betont, dass die Stimmung im Team phänomenal war und die Spielerinnen sich stets gegenseitig motiviert hätten. Der 3x3 Basketball ist eine dynamische und schnelle Disziplin, die auf einem halben Feld gespielt wird und deren Regeln sich stark von denen des traditionellen Basketballs unterscheiden. Die Spielerinnen benötigen nicht nur Geschick und Schnelligkeit, sondern auch taktisches Verständnis und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten. Sicherlich sind diese Aspekte in der Leistung von Greinacher und ihrem Team sichtbar geworden. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris bieten eine hervorragende Plattform für den 3x3 Basketball, um international weiter an Bedeutung zu gewinnen. Experten sind sich einig, dass die mediale Präsenz und die aufregende Spielweise den Sport für ein breiteres Publikum zugänglich machen werden. Sonja Greinacher und ihre Erfolge könnten inspirierend für viele junge Athletinnen sein, die ebenfalls den Traum eines Olympiateilnehmers hegen. Greinacher und ihr Team haben nicht nur die Medaille gewonnen, sondern auch die Anerkennung des Publikums und die Wertschätzung für ihre harte Arbeit und ihr Engagement im 3x3 Basketball. Ihre Leistungen könnten als Katalysator für das Wachstum des Sports in Deutschland dienen. Die Fachwelt ist überzeugt, dass solche Erfolge den 3x3 Basketball in den kommenden Jahren weiter fördern werden, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Während des gesamten Turniers war die Unterstützung der Fans und der Basketballgemeinschaft spürbar. Greinacher wies darauf hin, wie wichtig dieser Rückhalt für die Athletinnen ist und dass eine solche Gemeinschaft motivierend wirkt. Die Leidenschaft und der Enthusiasmus der Fans während der Spiele trugen sicherlich dazu bei, dass das Team über sich hinaus wachsen konnte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Förderung der Nachwuchsathleten in dieser Sportart. Basketballverbände und lokale Clubs sind gefordert, ihre Programme zu intensivieren, um die nächste Generation auf das hohe Leistungsniveau vorzubereiten. Sonja Greinacher könnte dabei als Vorbild fungieren und den jungen Spielerinnen zeigen, was mit harter Arbeit und Leidenschaft für den Sport möglich ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sonja Greinacher einen signifikanten Beitrag zur Popularität des 3x3 Basketballs geleistet hat und mit ihrer Goldmedaille nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Sport sowie den Basketball in Deutschland auf ein neues Niveau heben konnte.